Mein Name ist Peter Rineicher von der Rineicher AG Ermersee. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer dieser Firma und das ist mein Sohn Erik. Unsere Firma ist spezialisiert auf Anlagen und Maschinen im Bereich der Holzbearbeitung und Kunststoffbearbeitung. Wir haben drei Abteilungen eigentlich. Der eine ist der Verkauf von Maschinen mit der Ortung selbstverständlich. Wir haben eine Serviceabteilung mit rund 20 Leuten und eine Entsorgungsabteilung, wo wir Filteranlagen, Abzuganlagen, Acker und solche Sachen für das Drumherum anbieten. An dieser Messung zeigen wir vor allem das Handling und die Ergonomie ist ein wichtiger Punkt in der heutigen Produktion. Wir haben verschiedene Anlagen, wo wir die verschiedenen Anwendungen zeigen können. Das ist nicht nur die CNC-Technik, sondern auch am Arbeitsplatz. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben hier auch den Innovationspreis gewonnen. Das ist die Sicherheit mit der UnicaSafe. Das ist eine Sache, die mit dem Finger herkommt. Unsere Kunden schätzen vor allem unsere Durchgängigkeit. Das heisst, dass wir Produkte und Dienstleistungen von A bis Z anbieten können. Das fährt bei der Planung an, bei der Umsetzung an, bei der Zyklus. Und weiter natürlich auch im Bereich der Entsorgung, wo wir grosse Palette anbieten können. An verschiedenen Modulen für die ganze Spörendsorgung, Spönaufbereitung und alles was dazu gehört. Daneben das Wichtigste von uns sind auch die Maschinen. Wir denken, sie können von den einfachen Standardmaschinen bis zu den hochkomplexen Bearbeitungsmaschinen anbieten. Unser Motto ist ja ganz klar, damit die Späne fliegen. Und das ist eine sehr viel Späne, wie bei den Neusen auf die E-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail. Vielen Dank.